Ganz, ganz wild das Gerät... Schau mal die Schließendes an, schau, trockene Übung, Achtung, jetzt kommt's, Wasser Marsch, dieses, bin ich gespannt auf Wasser Marsch. Das ist ja auch neu gewesen, da waren letztens, wenn die Jungs jetzt bei uns waren, in der Norddeutsche, wo man auch immer so ein blaues Leibchen angehabt, und das ist immer sozusagen der Gruppenführer der Gene. Ja, äh, technische Details für die Frischiertessen, die Röschte war noch nicht nachgehend worden, der Schleif des blauenes, 200 Meter Wasser, wo in die Schleif des Marsch. Die Schleif des Marsch, der Zirn, bei der Schleif des Marsch ist ein ganzes, ganzes Wasser, und die Reparatur des Marsch. Das ist ja die Schleifung. Die Schleifung istfanisch. Perfektorost. Achtung, an die Löschkanone schauen. Wasser einmal, Wasser zweimal. Achtung, Petos, und jetzt die Löschkanone. Der arme Baum. Cool. Matthias, was bräuchten wir im Garten zum Spielen? Zum Abbruch. Jetzt können wir hier Elemente machen. Jetzt ist es ein Ei, ein Schmarrer. Und jetzt ist es ein Ei, ein Schmarrer. Und jetzt ist es ein Ei.